Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, das Jahr, das am heutigen Abend zu Ende geht, wird uns zum zweiten Mal als Corona-Jahr in Erinnerung bleiben. Die Pandemie hat auch in den letzten 365 Tagen unser Leben in so vielen Bereichen bestimmt. Wir hatten Sorgen um die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden von Familie und Freunden, fürchteten um die berufliche Existenz und hatten Einschränkungen im Alltag zu bewältigen. Und doch hat uns das Virus nicht voneinander entfernt, sondern zusammenrücken lassen und sei es nur mit kleinen Gesten der Solidarität. Für ein neues Jahr beschließt man traditionell einige Vorsätze. Was halten Sie von dem Folgenden? Lassen Sie uns auch in 2022 nicht mit Verschränkten, sondern mit offenen Armen begegnen. Ich bin zuversichtlich, dass wir so die Krise gemeinsam bewältigen können. Von Herzen wünsche ich Ihnen im Namen des Hessischen Landtages, aber auch ganz persönlich, einen guten Rutsch ins neue Jahr.